Hallo und herzlich willkommen beim Football Manager. 32. Spieltag. Erfurt, Halle und Großasbach haben schon mehr oder weniger erfolgreich vorgelegt. Stuttgart 2 interessiert uns nicht. Und wir müssen jetzt in Magdeburg nachlegen, um den Abstand zu Großasbach weiter ausbauen zu können und mit besten Erfurt zu überholen, mit einem Sieg. Denn dann können wir wirklich langsam von einem sicheren Platz 3 ausgehen und hoffen, dass wir nach oben weiterkommen und uns um die ersten beiden Plätze intensiver bewerben, die wir ja mal lange Zeit dauerhaft besetzt haben, aber uns durch eine Schwächephase haben halt uns eingebüßt. Jochen Breyer meint, dass Magdeburg heute gewinnen wird. Das ist bei der derzeitigen Form von meinem Team keine so gewagte Prognose. Ich hoffe aber, dass wir heute gewinnen. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Attacke. Halles ist trocken bei dem schönen Gewitterwetter. Eine Runde Joggen gewesen. Vor allem nicht alleine, sondern mit ein paar Freunden. Das macht gleich sehr viel mehr Spaß. Wenn jetzt Cottbus noch erfolgreich nachlegt, macht es natürlich noch viel mehr Spaß. Irgendwie sehe ich bei Chancen Magdeburg schon wieder mit einer größeren Zahl als mein Team. Jetzt ist es ungefähr ausgeglichen. Wir haben dafür keine Weitschüsse, Magdeburg schon. Irgendwie ist ja noch gar nichts los. Halle steht weh in Wiesbaden gegen Aalen. Das interessiert uns, wie gesagt, gar nicht. So, jetzt bin ich wieder lautstärkebeschränkt. Weil die anderen Leute hier in der Wohnung schon am Schlafen sind. Irgendwelche jetzt bei Toren nicht rumschreien. Oh, so guter Paso. Also guter Paso zeigt wieder, dass das eine Tor, was er da in Wiesbaden geschossen hat, dass das wahrscheinlich ein Ausrutscher war. Das ist ja wieder katastrophal. Ich werde mal aufmuntern, aber... Ja, ich weiß auch nicht. Also, das guter Paso, was der eine Rückrunde abliefert, das ist nicht startelfwürdig. Aufgrund von Boussianis Verletzung stellt er sich für gewöhnlich von alleine auf. Ich dachte, Kauke holt sich gleich die obligatorische gelbe Karte ab, aber anscheinend nicht. Wir sind mal wieder drückend überlegen, führen aber nicht. Deswegen bin ich auch unzufrieden. Heute haben wir leider nur sechs Wechsler zur Verfügung, aber deswegen werde ich jetzt auch mal noch gar nicht wechseln. Machen wir einfach mal weiter. Heute probiere ich es mal komplett ohne individuelle Ansprache. Vielleicht wird das Team sicher eher angesprochen, wenn ich sie als eine Einheit betrachte und dann mir nicht noch einzelne Leute rausgreife, denen ich dann sage, was sie wie zu machen haben oder dass sie so oder so schlecht sind. Ab und zu sollen sie auch mal so und so gut sein, aber für gewöhnlich prangere ich eher Fehler an, als dass ich individuelle Glanzleistungen lobe. Das ist ja nicht die erste Folge. Ich muss denke ich mal nicht jeden Zug erklären, den ich mache. Mit der ersten Chance des Gegners geraten wir gleich in den Rückstand. Das würde zur derzeitigen Form passen wie die Faust aufs Auge. Lars Fuchs trifft auch nicht. Standardsituation. Das ist in meiner letzten Zeit auch ziemlich unfähig. Zweiter Ball. Oh Mann, ey. Fuchs steht am kurzen Pfosten, aber völlig ungedeckt. Jetzt rennen wir wieder dumm einem Rückstand hinterher. Also die derzeitige Form des Teams, das ist unterirdisch. Damit noch zu gut umschrieben. Deswegen ich werfe jetzt alles nach vorne. Ich habe euch nicht die Geduld, jetzt hier noch zu warten. Ich würde sagen, nimm mal eins Tag. So. Ja, Jonas zickert. Eigentlich habe ich gar keinen Grund, hier irgendwen irgendwo rum auszuwechseln, aber ich nehme jetzt ein guter Paso raus und an dem habe ich ehrlich gesagt schon wieder genug gesehen. Gucken, ob Ola das besser macht. Ich bin in letzter Zeit wirklich ein bisschen genervt von dem, was mein Team ja Woche für Woche abliefert. Ey. Da fehlen mir langsam die Worte. Ich weiß nicht, warum die auf einmal so in die Krise geraten sind. Das verstehe ich nicht. Schöner Außenrisspass von Schorsch. Wir haben natürlich viele Verletzter, aber das ist entschuldigt ja nicht, warum wir aus paar Metern das Tor nicht treffen oder bei Standards regelmäßig einfach schlafen. Oder so eine Chancen nicht nutzen. Ja, wir sind wieder mal überlegen. Das haben wir natürlich zum Ging ja schon ganz verchancen gelassen. Ähm, ja. War ein Ola. Okay, das sah jetzt sehr, sehr doof aus gerade. Aber wir nehmen natürlich jedes Tor, was wir kriegen können. Aber das müssen wir noch mal angucken. Was war denn das? Hier wurde er abgeblockt. Okay. Das ist der Verteidiger. Der Will Gretchen schießt ihn dabei an. Okay. Ja, sah jetzt natürlich irgendwie gerade ganz, ganz komisch aus. Ja, also. Ich werde natürlich nicht klagen, dass er sein Tor geschossen hat. Aber ich komme nicht drüber weg, dass das halt selten doof aussah. Stellen wir mal wieder auf Kontrolle um und bringen Matuschka für Zickert. Ob ich die Stellung schon wieder sehe bei der Standardsituation. Da kriege ich da graue Haare. Ja, und schon hat Magdeburg wieder eine Großchance, die sie glücklicherweise auslassen. So wie es in letzter Zeit lief, wäre es eigentlich mal gut, wenn wir heute mal einen Last-Minute-Sieg feiern würden. So, Wendt für Häusler. Dritter und letzter Wechsel. Mal sehen. Ja. Ich habe das Gefühl, es wird kein Last-Minute- unverdienter Sieg, sondern Last-Minute- Niederlage mal wieder. Oh, oh, oh. Was war das denn? Pfosten von Lars Fuchs aus drei Metern. Den habe ich ehrlich gesagt schon drin gesehen. Matuschka verursacht aus einer selten dummen Position einen Freistoß. Okay. Ja, den Punkt müssen wir glücklich mitnehmen. Das war wirklich glücklich heute. Ne, das war keine gute Leistung, ehrlich gesagt. Also, so wie wir derzeit in Form sind, da kriege ich das kalte Grausen. So, jetzt sieben Punkte vor Großasbach, aber leider, wir hätten an Erfurt wieder vorbeiziehen können auf den wichtigen direkten Ausstiegsplatz. Ne, also, ist mir unbegreiflich, was mein Team hier in letzter Zeit abliefert. Wir haben mal wieder eine Teambesprechung einberufen. Magdeburg hält das unentschieden. Also, ich weiß nicht, wie man das Spiel betrachten muss, damit man das als glücklichen Punkt für Magdeburg betrachtet. Die konnten hier Nachwuchspiel nicht nutzen, um in der Liga Boden auf ihre Rivalen gut zu machen. Ich bleibe derzeit weiter optimistisch. Wenn man uns einmal schüttelt und es dann versucht, das nächste Mal besser zu machen. Scharker wird ausfallen. Das ist sehr enttäuschend. Ich bleibe optimistisch. Chance für einen anderen Spieler. Und jetzt bestimmt. Ich bin wirklich darauf bedacht, dass wir die Köpfe nicht in den Sand stecken. Ich glaube nicht, dass wir auf diese Weise viel erreichen werden. Ich respektiere es, dass ihr alle eure eigene Meinung zu dem habt, was ich gesagt habe. Das hat jetzt dem Tivo auch nicht gefallen. Das war nicht gut, dass ich die Ansprache so genommen habe. Ich weiß gar nicht, warum. Wir haben in 3-Mann-Folge nicht gewonnen. Und wir haben natürlich auch nicht verloren. Aber gegen solche Gegner ist das zu wenig. Ich bleibe dabei, dass das derzeit nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Auch wenn das Team das vielleicht anders sieht. Jetzt sind wir 7 Punkte vor Großasper auch bei 6 ausstehenden Spielen. Also es ist wie Leipzig am Ende in der Zweitligasaison in der Realität. Wenn wir so weiterspielen, sind es 7 Punkte gar nichts. Dann sind das in 2 Spielen wahrscheinlich noch 3 Punkte. Jetzt haben wir ein Heimspiel gegen die Kickers. Mittlerweile bin ich auch an einem Punkt, wo ich sage, wir haben nicht mehr mehr Punkte geholt, als die sicher waren. In der ersten Halbserie haben wir ja wirklich manche Spiele gewonnen, die wir eigentlich hätten verlieren müssen oder unentschieden spielen. Jetzt in der Rückrunde haben wir schon mehr Spiele gehabt, die wir hätten gewinnen müssen oder zumindest einen Punkt verdient, wo wir dann aber verloren haben. Deswegen sage ich mal, mittlerweile sind wir bei der Punktzahl, die wir auch so verdient haben. Ich erinnere an das letzte Spiel gegen Kiel, wo wir einen selten doof angestellt haben. Dann haben wir jetzt 56 Punkte aus 32 Spielen. Der 2,0-Schnitt ist weit weg. Wenn wir jetzt alle Spiele gewinnen, haben wir 18 Punkte dazu, haben wir 74. Dann haben wir bei 38 Spielen den 2,0-Schnitt können wir nicht mehr erreichen. Da bräuchten wir 76 Punkte. So, Quirin Moll hat jetzt endgültig verlängert bei Dynamo, das heißt, wir kriegen den nicht mehr. Aber jetzt weiß ich auch gar nicht, wie ich planen sollte, wenn ich jetzt Spieler verpflichte. Denn der Aufstieg ist auf Messerschneide. Derzeit sieht es ganz nach Relegation aus und das ist dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes der Aufstieg auf Messerschneide. Eintracht Frankfurt hat Mirkus Lomka verpflichtet. Die haben sich also gegen den Cottbusser Supertrainer entschieden und einen bekannten Namen genommen. Können wir Eintracht Frankfurt auch wieder de-abonnieren. Was kommt hier noch zu? Lundgat gut trainiert, okay. Friedrich auch, sehr schön. Und Daniel Lück. Okay, Daniel Lück ist trotzdem aussortiert. Nach Hübner sage ich nichts mehr, der wird sich... Ich komme mir langsam vor wie Leierkasten, dass ich dem jedes Mal sage, dass mir das nicht gefallen hat, auch wenn das größtenteils als altersbedingte Abwertung sind. Uwe Merle genauso. Ich habe sicherlich gemerkt, Uwe Merle ist in letzter Zeit richtig raus, weil, ja, wenn ich seine Werte sehe, da kriege ich wirklich das kalte Grausen hier. Fran Ola würde in nächster Zeit wahrscheinlich wieder verhandeln wollen. Dem würde ich auch gerne eine Verlängerung anbieten. René Renaud ist mir definitiv zu teuer. Da kommt ja alles ja auch schon neuer Keeper für die kommende Saison an der Angel. Beziehungsweise haben wir ja schon verpflichtet den kleinen Italiener. Okay, bei Frankfurt ist es, denke ich mal, nicht an meinen Erfolgen gescheitert, sondern halt daran, dass Mirko Slomka die noch elegantere, bessere Lösung war. Aber ich wäre ja wahrscheinlich zu Frankfurt eh nur gegangen, wenn sie mir die Möglichkeit eingeräumt hätten, erst zur neuen Saison zu kommen. So, jetzt müssen wir mal, eigentlich müssen wir die Kickers schlagen, ansonsten, danach ist das wichtige Auswahlsspielende bei der Sonnenhof Groß Asbach, was dann ansteht. So, Halle spielt nur 0-0. Wir müssen jetzt gewinnen nach drei Unentschieden in Folge. Natürlich sind wir auch vier Spiele ungeschlagen, weil wir ja der vorgeringten Fortuna Köln noch gewonnen haben. Aber im Endeffekt steht es da, sechs Punkte aus vier Spielen. Das klingt wie zweimal gewonnen, zweimal verloren. Cloud, Selving und Ernst Middendorp kämpfen um die Favoritenrolle beim FC Augsburg. Okay, da habe ich mich anscheinend auch beworben. Ich habe mich gar nicht mehr auf den Schirm gehabt. Ich habe mich nur auf Frankfurt konzentriert. Aber jetzt konzentrieren wir uns mal lieber auf den FC Energie Cottbus, wo Christopher Schorich gesperrt fehlt. Irgendwer fehlt immer. Kaufmann ist wieder da. Marco Heul spielt heute mal für Joni Kauke auf der Sechs. Fran Olla, nee, ich gebe Subcuta Pasu nochmal die Chance, oder will ich das machen? Ist tricky. So, Merle, Matuschka, die sind alle derzeit ein bisschen außen vor. Heute kriegen wir auf jeden Fall die Ersatzbahn wieder voll. Jetzt stelle ich mal Spalch ins Tor. Ich lasse Merle mal wieder spielen. Scharker leider weiterhin verletzt. Michael, Breitkreuz, Zickert, Zeitzel, guter Pasu. Was soll's, wenn ich wage, der nicht gewinnt? Tor-Differenz sind wir noch eins besser als Erfurt. Brandenburg-Pokal ist erst in nächster Zeit. Also nach dem Groß-Aspach-Spiel. Das Aspach ist natürlich nur ein Punkt vor Chemnitz. Das heißt, wenn die alle ranrücken, ist nicht Groß-Aspach unser einziges Problem, sondern dann haben wir alle ein Problem. Konkurrent Erfurt spielt gegen Würzburg. Groß-Aspach spielt heute gar nicht. Weil ich jetzt noch nur auf uns gucken. Wenn wir gewinnen, dann halten wir mindestens sieben Punkte vor, schon bei dann noch fünf Spielen. Ich überlege dann, ob ich dann eventuell zur Halbzeit Breitkreuz und Oller tausche. Breitkreuz ist ja auf außen irgendwie besser. Und Fran Oller könnte zumindest auch den Stürmer machen. Das war das falsche Neuen ist auch mindestens so gut geeignet wie so guter Partie, denke ich mal. Erfurt liegt hinten. Die Namur derzeit nur 13, wenn ich das gerade sehe. Also das 41 Punkte hatten die Generalität glaube ich zur Winterpause. Hatten sie sogar mehr gehabt. 50 oder so. Das ist ja unglaublich, was die hier abschacken. Jetzt ist Auer auf Platz 4. Von meinem Team sehe ich schon wieder gar nichts. Das ist irgendwie wie das Spiel gegen Kiel. Wir haben schon einmal den Pfosten über die Latte getroffen. Wurde da ja nicht gezeigt. War so keine Schlüsselszene. Dennoch ärgerlich. Also in letzter Zeit sind die Spiele schnell vorbei, weil nicht viel los ist. Ecke. Erfurt hat das Spiel gedreht. Hat ich gerade noch auf einem Auge mitbekommen. Michael schießt den Verteidiger an, obwohl das Tor leer war. Irgendwie bezeichnend. Das sieht doch schon wieder nach Seiferschenken Punkten aus. Muss man natürlich ankreiden lassen, dass ich die Taktik kein bisschen überarbeite, aber da habe ich auch gar keine Lust dazu. Kommt schon, die Fans wollen uns auf einem Aufstiegsrang sehen. Lasst uns hier gewinnen. Ich werde jetzt Oller und so guter Pasum mal tauschen und gucken, ob Fran Oller auf der Zentral- und Stürmerposition auch ein bisschen was reißen kann. Vielleicht hat er Selbstvertrauen nach seinem Tor letzte Woche. Man hat mehr Glück als Verstand war. Das muss man ja niemandem sagen. Tim Häusler würde ich rausnehmen. Ja, komm, Jugend forscht. Philipp Wendt. Attacke. Natürlich mehr sehen. Havort ist in Führung gegangen. Wenn wir die nicht davonziehen lassen wollen, auf vier Punkte sollten wir hier langsam auch mal in Führung gehen. Ich sehe gerade fünf Punkte, aber es ist Stuttgart zwei. Die können uns gar nichts. Okay, Ziggat raus, wenn du verletzt bist. Matuschka und weiter geht's. Die Stuttgarter Kickers haben sogar mehr Chancen als wir. Aber wir haben halt die besseren Chancen und leider alle vergeigt Churchill wieder. Das kann doch nicht wahr sein hier. Das nervt nur noch. Also, was mit Tim hier in der Rückrunde einbricht, das ist unglaublich. Was jetzt noch fehlt, ist er wieder so ein Last-Minute-K. Ja, oh. Ja. Schön gespielt, direkt schön genommen, sehr schön. Darf ich nicht so laut rumschreien, deswegen sage ich mal nur ja. Geil gespielt, vor allen Dingen hat es sich irgendwie überhaupt nicht angedeutet, dass der Situation, hätte ich gar nicht gedacht, dass jetzt direkt ein direkter Abschluss kommt. Den hat es jetzt geil gemacht. Ich habe schon zweimal Fristen und hatte ich habe den zweiten gar nicht mitbekommen. Er sagt, jetzt sagt, es gibt 11 Meter. Oh, schön Holz. Ach, Kaufmann. Oh, ey. Wendt. Das war ganz schlecht. Oho. Oho. Was lassen wir denn hier schon wieder zu? Ey, ich verstehe es nicht. Wir führen und danach fangen wir so eine Chance ein. Aber manchmal könnte man denken, die wollen gar nicht gewinnen. Das muss ich mir wirklich denken, wenn ich sowas sehe. So, einen Wechsel haben wir noch. Irgendwie heute heute Osterzick hat noch keiner gelb gesehen. Überraschend. Ich könnte jetzt so guter Paso bringen. Für den heute nicht so guten Fran Oller. Das werden wir jetzt mal machen. Ich habe Vertrauen. Also Fran Oller hat Stürmer aber jetzt nicht so die Leistung heute. Aber das war mal ein Versuch wert und deswegen Breitkreuz angeschlagen. Sehr schön. Schon wieder fünf Wochen Pause. Wie es immer läuft. Ja, sehr wichtiger Sieg. Kampfsieg. Und ja, mal muss man auch so eine Spiele gewinnen. Gute Arbeit, Jungs. Das reicht. Eure Leistung hat auf den Aufstiegsplatz geführt. Hat Erfurt nicht gewonnen? Erfurt hat noch 2 zu 2 gespielt. Sehr schön. Hat sich mal wieder vorbeigezogen an Erfurt. Das ist wichtig. Sehr schön. Tatsächlich. 84. Minute. Elia Soriano. Ganz, ganz wichtiger Sieg. Wir klettern wieder auf Platz 2. Jonas Ticker 10 bis 12 Tage raus. Okay, das können wir verkraften. Breitkreuz 7 bis 10 Tage. Das ist schon bitterer. Sie konnten mit einem heutigen Ergebnis einen Aufstiegsplatz einnehmen. Inwiefern trug Ihre Mannschaftsansprache bei? Was in der Kabine gesagt wird, bleibt auch da. Ich arbeite mit einem tollen Kader zusammen. Ich mache Ihnen nur noch die Bedeutung klar und Sie erledigen die Sache auf dem Platz. Patrick Breitkreuz war leidtragend gegen das Team von den Schulgatter Kickern, das nach breiter Meinung an der Grenze des Erlaubten spielte und häufig die Grenze von akzeptabler über härtiger überschritt. Was nehmen Sie aus deren Stil und deren Methoden mit? Naja, also wir spielen ja nur auch nicht wenig faul, deswegen ja, sehr gutes Recht so zu spielen, wie Sie wollen, solange es regelkonform bleibt. Sicher muss aber irgendwo die Grenze gezogen werden. Also wenn ich jetzt sage, dass Foulspiel überhaupt nicht gut wäre, wäre das ja einer Frong gegenüber meinem Team, wo mein Team ja auch viel foult und ich das ja vorgebe oder zumindest dulde, wenn es hilfreich ist. So, natürlich ist das zu akzeptieren. Das heißt, dass sich jemand anpassen muss, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Diskussion wert, es nicht zu akzeptieren. Ich weiß nicht, ob man da viel machen kann. Dann sollen die doch spielen, wie sie wollen. Mal gucken, was die Groß-Aspacher jetzt machen. Auf jeden Fall haben wir heute mal wieder Big Points gesammelt, nachdem wir beim letzten Mal nicht so gut waren. Haben wir heute den Erfurter-Pazzer und den Haarlenzer-Pazzer ein bisschen genutzt. Mal muss man halt auch so eine Kampf-Siege machen. Reicht am Ende und das ist das, was zählt. Die drei Punkte, die auf unserem Konto sind. So. Jetzt sind wir auch wirklich definitiv auf dem Endspurt der Saison. Jetzt sind noch fünf Spiele nach dem Groß-Aspach-Spiel, was wir in der Folge auch noch machen, sind es noch vier Spiele. Das heißt, noch zwei Spiele Saison, eventuelle Relegation. Nach Brandenburg-Pokal ist dann auch noch gegen Luckenwalde. Das ist natürlich auch wieder eine zusätzliche Belastung für das eh schon ausgelaugte Team. Das Asbach hat verloren. Da werde ich jetzt mal mich nicht beschweren. So. Cottbus 2 mit spätem Remis bei Lock Leipzig. Oh, wir sind schon in der Mitte der Tabelle angekommen. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, nur mal so zum Gucken, ob ich die zweite Mannschaft abmelden kann. So, was soll es ja geben? Ich könnte Interesse bekunden an meiner zweiten Mannschaft, ob mein Vorstand mich dann rauswerfen wird, wenn ich die zweite Mannschaft übernehmen möchte. So, mein lieber Vorstand, wie sieht es denn aus? Ja, Stadionneubau, einfach mal so aus Sinnlosigkeit. Ne, also wenn dann Jugendtraining kürzen, sowieso nicht. Netzwerk für Nachwuchsrekordierung zurückschrauben, auch auf keinen Fall. zu Großaspach ist von Aue überholt worden. Die sind acht Punkte hinter uns. Halle ist ein bisschen weg, ich kämpfe jetzt also direkt mit Erfurt um den zweiten Platz. Das Großaspach-Spiel gar nicht so lange dauert, ich wollte den jetzt auch beweitert schalten, damit wir die Zeit füllen, aber ich könnte natürlich auch Großaspach, wenn das nicht so lange dauert, schaffen wir sogar noch das Brandenburg-Pokalspiel. Dann kommen wir nicht beim nächsten Mal wirklich in die wirklich wichtigen, intensiven Spiele rein. Also dann gegen Werder Bremen 2 zum Beispiel. Dann haben wir noch am Ende haben wir Osnabröck und Dynamo, ich weiß nicht, wer dazwischen noch kommt. Ich muss kurz überlegen. Fällt mir jetzt gar nicht ein, wer dazwischen noch war zwischen Bremen und Dynamo. So, im Ostverein, der Chemnitzer FC vielleicht. Jetzt will ich es doch mal wissen. Das ist glaube ich, der Chemnitzer FC müsste dazwischen noch sein. Genau. Ach, hier ist eine Woche Länderspielpause, das sehe ich jetzt gerade zwischen dem 16. und dem 30. da machen wir noch mal ein Testspiel. Wollen wir nicht aus unserem Spielrhythmus rauskommen. Hier Werder Bremen, 16. am 30. Chemnitzer FC. Wollen wir mal nicht aus unserem Rhythmus rauskommen. Können wir natürlich gegen den Chemnitzer FC direkt vorher testen, das wäre aber blöd Sinn. Jetzt spielen wir noch mal gegen Legia Warschau. Polnischer Spitzenverein, oder ehemaliger Spitzenverein, ich weiß es nicht genau. Gustav Menz hat auch verlängert. Ich überlege jetzt vielleicht doch nochmal in Augsburg nachgucken. Team abonnieren, machen wir das mal. So, hier könnte ich mich bewerben. Achso, deswegen hat mich Frankfurt vielleicht nicht genommen, weil ich mich gar nicht beworben habe. Das ist natürlich eine Überlegung. Ich weiß nicht, wie mein Vorstand reagiert, wenn ich mich hier bewerbe. Ich mache es jetzt einfach mal. Ich gehe das Risiko ein, und wenn ich entlassen werde. Noch bin ich nicht entlassen. Bewerbung ohne Erfolg. Okay, das war jetzt natürlich ganz schlecht, wenn das mein Vorstand jetzt mitbekommt, dass ich mich beworben habe, und es hat nicht mal Erfolg. dann war das jetzt ganz, ganz schlecht. Ich wollte es einfach mal nur testen. Ich habe auch vorher extra nicht gespeichert, weil wenn ich hier Fehler mache, dann muss ich damit den Konsequenzen auch leben. So, Gertian Verbeek, neuer FC Augsburg Trainer, okay. Also es reicht anscheinend nicht, dass man Interesse bekundet, und der Verein kommt auf einen zu, sondern man sollte sich wirklich intensiv bewerben. Der Verbeek war doch, glaube ich, noch Bochum Trainer. Da müsste jetzt in Bochum eine Stelle frei sein. Wenn ich mich jetzt natürlich an jeder Stelle, die irgendwo frei war, bewerbe, mache ich mich irgendwann lächerlich. So, Verbeek. Bochum ist 10. Da, wenn ich so sagen hätte, die sind 1. oder so, hätte ich geguckt, ob ich die vielleicht übernehme. So, Leipzig ist schon durch, mit 23 Punkten Vorsprung vom 3. Das ist sensationell. So, Halle verliert. Es wäre ganz gut, wenn wir jetzt gewinnen und die Hallenser nochmal richtig in den Kampf um die ersten 3 Plätze mit reinziehen, dass wir aus dem 2-Kampf wieder einen 3-Kampf machen. Natürlich kann ich mich, wenn ich jetzt mich dumm anstelle, aus dem 2-Kampf auch einen 5-Kampf machen, wenn ich jetzt Aue nochmal rankommen lasse. Wenn ich ganz ehrlich bin, das ist meinem Team durchaus zuzutrauen. Zweimal gegen Erfurt verloren. Markus Asbach, 49 Punkte. Die sind wahrscheinlich auch schon gerettet. Ja, auf Indirekt gerettet. 15 Punkte Vorsprung. Ja, ist natürlich durch, aber ist halt noch nicht auf dem Papier gerettet. Also, ich werde jetzt keine Zielvorgaben mehr geben für den Rest der Saison. Einfach jedes Spiel gewinnen ist das Ziel. So, Sparge hat beim letzten Mal gut gehalten. Den lassen wir gleich mal im Tor. So, wenn Ziggat verletzt ist, dann spielt auch Kauko wieder. guter Pasu spielt. Olla stellt sich von alleine auf, weil wir keine weiteren Leute haben. Matuschka spielt heute mal wieder. So, noch wer ohne Form. Herr Schorch für Mörle. So, Mörle auf die Bank. Den haben wir noch da. Reitkotz ist verletzt. Daniel Lück. Na, dann stellt sich unser Team ja auch wieder von alleine auf. So, 34. Spieltag. Die letzten Spiele verliefen relativ zügig. Wir sind jetzt offiziell natürlich fünf Spiele in Folge ungeschlagen. Aber wir haben davon offiziell auch nur zwei Spiele gewonnen. Sind dann immer zwei Seiten der gleichen Medaille. Je schlechter es läuft und je weniger los ist, desto mehr bin ich genötigt, sinnlos Zeit zu füllen mit dummen Gequatschen. Und das muss ja auch nicht sein. Das hinsspiel gegen Großasbach haben wir, glaube ich, 2 zu 1 gewonnen. 3 zu 1 oder so. Ich glaube, es war ein Spiel, was zur Pause 1 zu 1 stand und dann haben wir in der zweiten Halbzeit losgelegt. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, gegen wen Erfurt heute parallel spielt. Das werden wir gleich mal gucken. Spielen die überhaupt parallel? Erfurt spielt in Rostock. Okay. Auf Aue muss ich mit einem Blick schauen. Wir spielen in Würzburg. Noch jemand, auf den ich gucken muss? In Chemnitzer FC. Ich spiele gegen Mainz 2. Okay. Machst du heute mal deine Ansprache? Nach dem Spiel werde ich dann mal gucken, ob ich bei Fran Oller mal nach einem neuen Vertrag Ausschau halte. Und so langsam überlege ich, selbst wenn ich aufsteige, wäre das zumindest ein Backup hier relativ günstig wäre. Da in Cottbus das Geld nicht auf Bäumen wächst, wäre das immer eine Überlegung wert. Erfurt ist schon in Führung gegangen. Wenn wir in der 1. oder 2. Liga wären, wären wir nach 34 Spielen jetzt die Saison vorbei. Dann wäre das Gute, wir hätten den 3. Platz sicher. Das Schlechte wäre, wir wären nicht 1. oder 2. Psychologisch ist ja so, bei Kindern eher 3. als 2. Weil 2. ist der 1. Verlierer. Der 3. hat es aber gerade so noch aufs Podium geschafft. Hier ist natürlich der 2. immer besser als der 3. Das denke ich mal klar. Auch bei einer Weltmeisterschaft, wo es nicht ein Liga-Betrieb ist, sondern anders. Da ist auch der 2. immer besser dran, weil er hat es ins Finale geschafft. Natürlich dort das Finale bitter verloren. Der andere ist im Halbfinale ausgeschieden. Dann hat er Spiel um Platz 3 gewollt. In den Cup, wo es um nichts mehr geht im Endeffekt. Hallo Elfmeter. Schiri, das war doch ein Foul. Wir haben schon wieder 6. Mal aufs Tor geschossen. Davon nichts zählbares. Das sah ja aus wie abgeblockt von so guter Pasu. Ola, ernsthaft. Moment. Der war doch eigentlich schon drin, der Ball. Hier, der war doch eigentlich schon drin. Dann lässt er wirklich noch den Gang helden. Das kann nicht wahr sein. Und den Nachschluss macht er dann auch nicht rein. Also ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich von meinem Team eigentlich in der Rückrunde permanent verarscht. Aber Michel wird auch nochmal geblockt. Also wir haben jetzt 9 Chancen in 27 Minuten gehabt. Das ist sensationell. Und dass da 0 Tore stehen. Ist irgendwie typisch. Und der Sieg gegen die Kickers, die wir jetzt geholt haben, das war ja auch kein Unverdienter. Nicht, dass wir letztes Mal Glück gehabt haben. In Magdeburg haben wir Glück gehabt, aber gegen Kiel haben wir dafür wieder Pech gehabt. So guter Pasu lässt noch eine Chance aus. Ich weiß nicht, ob das Team einfach platt ist oder ob das der Druck ist, mit dem sie nicht klarkommen. Also ich weiß nicht, wenn mein Team jetzt 8er oder so wäre, dass es um nichts mehr gehen würde, wird Kaufmann da gerade eben umgesenzt. Aber zum Glück kein Foul. Anscheinend doch kein Rot-Karten-Foul. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt 8er wären oder so, ob mein Team dann die Chancen nutzen würde. Könnte man ja sagen, es ist eher psychologisch, die Blockade. als physisch. Jetzt wohl auch wird führt und wo Halle gepatzt hat, müssen wir eigentlich gewinnen. Aber mein Team hat keine Lust. Arbit konzentriert weiter und der wird dafür belohnt. Ja, was kann Oller, da die eine Chance vergeben hat, der steht 5 Meter vorm Tor, den kann der Keeper eigentlich gar nicht mehr halten. Und wenn er anhält, dann ist es einfach Versagen des Stürmers. Natürlich auch eine Glanzparade, aber vor allen Dingen Versagen des Stürmers. Da darf der Schuss nicht mehr so kommen, dass der Torhüter noch halten kann. Ganz einfach. Und auch nicht entschuldbar, egal wie das kommt. So, jetzt werde ich Plündke mal hier rüberstellen. Vielleicht Uwe Mörle mal mit Schorch. Meine eigentliche Stamm-Innenverteidigung vor der Saison. Darf jetzt mal wieder zusammenspielen. Vielleicht bestimmt 5 Spielen das erste Mal wieder. Ich kann MT nicht mal einen Vorwurf machen. Wir sind in allen Belangen überlegen. Nur nicht in dem, was eigentlich wie zählt. und dann verlieren wir hier. Ja, natürlich. Erste Chance des Gegners. Tor. Wen wundert das noch, dass es in so wichtigen Spielen so was passiert? Also mich überrascht das kein bisschen, deswegen bin ich auch überhaupt nicht geschockt. Und wer mein Team in der Rückrunde beobachtet hat, dem war das klar. Und jetzt haben wir das Spiel auch verloren. Mache ich mir gar keine Illusionen mehr. Und das Team, das hat, denke ich mal, so seine Gründe, merkt man so innerlich, warum ich mich auch schon bei Augsburg und bei Frankfurt beworben habe. Was mein Team hier in der Rückrunde spielt, das pisst mich ziemlich an. Erfurt macht in dem Moment das 2-0. Denn diese Schwangsenverschwendung, das konnte ich noch nie leiden am Manager. Das ist so richtig, wenn der Manager dir richtig erst mal das Messer in den Rücken rammt, wenn du da Haufen Chancen vergibst, wie Ola vorhin. Und dann dreht er das um, in dem der Gegner so ein Sonder-Einer-Chancen-Tor macht. Vor allem in einem wichtigen Spiel wie heute. Also es ist ja ein wichtiges Spiel gegen Konkurrenten, um nach unten. So, Aue dann nochmal einen kurzen Schloss zum Siegtor schießen. Ja, trifft die Latte. Haben immer noch 5 Chancen Vorsprung. So, nach vorne drücken, Leute. Aber ich merke schon, das 1-0 hat dem Team das Genick gebrochen. Was ich eigentlich überhaupt nicht verstehen kann. Gut, dass Ola dann natürlich diese Riesenchance da vergibt in der ersten Herbst und so guter Pasel. Und Ola, anstatt der Schieß spielt er zurück. Da hat er nochmal die Chance abseits. Na ja. Das ist auch schon wieder klar. 11 Meter, was soll's. Auch ob das nur 11 Meter war oder nicht. Ihr hättet eh kein Tor mehr geschossen, Kurt. Was sollen sie halt das zweite Schießen, was soll's. Ich reg mich nicht mehr auf hier. Ja, so verwandelt man. Wir verschießen regelmäßig unsere Elfmeter. Man muss natürlich bemerken, wir foulen übelst oft. Also in jedem Spiel hier 22 Fouls, aber Elfmeter verursachen wir so gut wie keine. Das ist bemerkenswert. Ich warte noch, dass hier gleich steht Aue 1-0. Das wäre relativ typisch. Wo wir das Spiel verloren haben, das weiß wohl keiner. Vor allen Dingen jetzt in... Michael ist in letzter Zeit nicht so gut drauf und ansonsten haben wir keinen, der Tore schießt. Breitkoll ist verletzt. Ja, mehr brauche ich nicht sagen. Fran Oller ganz schlecht. So, was du dafür jetzt bezahlen, das reicht mir. Schwache Leistung, eine Woche Gehaltsentzug. Erstmal, dass wir jetzt ein bisschen drastischere Maßnahmen auspacken. Deine Leistung rechtfertigt, in meiner Meinung keinen Gehaltsentzug. Rubel Mörde, du kommst rein und machst gleich wieder eine schlechte Leistung. Ich verstehe es nicht. Das lag wieder nicht an der Taktik, ich weiß nicht. Wenn der Oller aus drei Metern das Tor nicht trifft, verstehe ich die Frage nicht. Da verstehe ich das Problem nicht. Dynamo, ja. Was interessiert mich der Dynamo-Trainer? Margo Holtz wird daraus lernen, bin ich doch der Meinung. Irgendwer von mir dabei als Spieler des Jahres, nee, dann interessiert es mich nicht. Robin Scharker. Robin Scharker ist sehr gut, aber er ist schon drei Wochen verletzt. Scheint aber die Presse gar nicht mitbekommen zu haben. Fran Oller trotz seiner offensichtlich die unterirdischen Leistungen nicht auszuwechseln. Was sagen sie dazu? Ich würde mal sagen, ich habe keine Wechselspieler mehr. Der Rest ist verletzt oder gesperrt. Ich habe keine Wahl, ich habe keine Möglichkeit, ihn auszuwechseln. Sicherlich hat er schon besser gespielt, das bedeutet aber nicht, dass er nicht heute jede eine Menge richtig gemacht hätte. Ich finde nicht, der hat sich schlecht gespielt. Doch, ich habe ihn dafür bestraft. Das ist nicht deren Aufgabe. Den Fans vor den Kopf stoßen. Wir haben Großasbach wieder ins Spiel gebracht. Mal gewonnen hätten, wären sie raus gewesen. Dann hätten wir 62 Punkte und wären damit auf jeden Fall 10 Punkte vor Aue. Bei vier Spielen in den Vorsprung hätten wir dann auf jeden Fall den dritten Platz sicher. Da haben wir es wieder geschafft, Erfurt vorbei ziehen zu lassen und weg ziehen zu lassen. So, mal noch Brandenburg-Pokal, Halbfinale, Luckenwalde. So, mal den Zettel nehmen. Wir haben in Magdeburg gespielt, auswärts. Gegen die Stuttgarter Kickers zu Hause. Großasbach auswärts. Auswärts. Jetzt nehmen wir mal Luckenwalde wahrscheinlich noch mit. Auswärts. Brandenburg-Pokal. Wenn wir die Brandenburg-Pokal gewinnen, ist es uns auch egal, ob wir dritter oder vier. Dann ist der vierte Platz auf jeden Fall ein Loserplatz und dann haben wir nicht mal als kleinen Trostpreis den DFB-Pokal einzugssicher. Was fehlt denn hier? Teambuilding fehlt, genau. Jetzt haben wir natürlich der VfB Stuttgart, der kann uns ruhig überholen, das macht uns nichts. So, ja. Großasbach. Aue. Also Wehen wird uns nicht mehr überholen. Chemnitz. Ja, theoretisch schon. Ja, wenn wir so weiterspielen, dann erreichen die die Punkte nicht. Aber ich... Testspiel ist abgesagt. Dann planen wir mal ein neues Testspiel. Ne, nicht gegen Legia Warschau. Ich will aber lieber hier spielen, Leute. Planen wir gleich ein neues Testspiel. Das kann auch ein Testspiel sein, wo ich eventuell gar nicht anwesend bin, sondern in Urlaub gehe und nur die Leute spielen lasse. Jetzt spielen wir mal in Hoyerswerda. Oberliga, glaube ich. Pokalfüller Sachsen, okay. Unterferner liefen. SG-Uni. Was ist denn SG-Uni? Bin wir schon gegen Uni-Mannschaften? Cottbus-Fans erwarten sicheren Sieg. Ich würde in letzter Zeit von meinem Team gar nichts mehr erwarten. Ich hoffe, man hört nicht raus, dass ich ein bisschen genervt bin von meinem Team. Auch wenn ich alle paar Minuten mal sage, damit es auch niemand vergisst. So, Spard spielt wieder das Brandenburg-Pokal. Das spielt er immer. Das kann ich wahrscheinlich nicht mal viele Leute schonen, weil ich gar keine Möglichkeit habe. So, da darf man spielen. Hübner und Friedrich bilden die Innenverteidigung. Wendt spielt da. Ola kann ruhig spielen, da sitzt im nächsten Spiel eh draußen. Da Breitkreuz wieder fit ist. Und dann vielleicht lieber Socuta Paso als Ola spielen. Lungu darf spielen. Lungu geht hierhin, Hübner geht auf die 6, dann später sogar Uwe Mörle. Amaco Holz spielt auch. Also Kaufmann spielt da. Socuta Paso da spielen und Ola darf auch spielen. Anfänger ohne Fahrschein. Ne, so. Du gehst mal hier mit hin. Weitkreuz geht auch auf die Bank Dann wäre ich sogar Kaufmann schon Dann spielt Matuschka Und Holz spielt mal auf dem rechten Flügel Ja, ist mir egal, ob die keine Spielpraxis haben Das können wir ja nur ändern, indem wir ihnen Spielpraxis geben So, natürlich ist das Ziel weiterzukommen Er verdient den Einzug ins Finale Siegt an euch den perfekt zu machen Attacke Heute wieder ein Gegner vom Babelsbergskaliber Das war ja wirklich easy Das war aber auch ein Sechstligist Heute gibt es größtente Zauber, dass sich niemand verletzt Also weiterkommt natürlich auch Und dass ein paar Satzspieler Spielpraxis bekommen Vielleicht dann Uwe Mörle irgendwann sich mal überlegt Dass man die Form ja nochmal wiederfinden könnte, die man mal hatte Aber es liegt, würde ich mal sagen, bei Mörle liegt es Hälfte daran Dass die Taktik halt nicht für ihn ausgelegt ist Weil er wirklich sehr, sehr langsam ist Die Dame hat, wie im letzten Pokalspiel, scheint er hier wieder alle Tore vorzulegen Denn seine Flanke führt dazu, dass Oller trifft Mag es kaum glauben Hätte er das Tor mal lieber in Großasbach geschossen Das hätte mir viel mehr geholfen Wir haben in letzter Zeit wirklich arge Probleme, das Tor zu treffen Gegen Kiel haben wir das Tor nicht gemacht In Magdeburg hatten wir Glück Gegen Stuttgarter Kickers haben wir aus 1000 Chancen nur gerade so ein Tor geschossen Heute macht Oller die Tore Er will eventuell doch noch einer am Wochenende spielen Und er will zeigen, dass er im letzten Mal vielleicht zwar zurecht kritisiert wurde Aber dass das nicht der Dauerzustand ist Wobei für mich das 1-0 wichtiger ist als das 2-0 Denn so ein Freistoßtor Ja, das ist jetzt nicht die Standardchance in der Liga So sieht gut aus, Leute Irgendwer auszuwechseln Ne, Breitkot soll nicht spielen Kommen wir einfach mal weiter Fällt mir doch ein, ich habe doch schon mal was ausgetauscht Das könnte ich nochmal machen Ich könnte mal Tuschka auf Ich könnte mal Tuschka mit Holz tauschen Pfosten und dann Aluminium Matuschka stand dann natürlich Er stand auf der Linie Also natürlich immer abseits, wenn die Verteidiger auch nur einen Schritt rausrücken Ohne Gegentor geht es nicht Ich merke gerade, dass die Idee hier doch relativ dumm war Lassen wir mal so Matuschka in der Mitte und Holz auf außen Ich wollte sagen, gute Karte habe ich gar nicht mitgekriegt Aber das ist woanders passiert Die Häuser darf noch ein bisschen spielen Michael für Oller, was soll's Schade, ich wollte sagen, so kann man einsteigen Minute drin Tor geschossen Aber leider nicht Ich bin der Paso heute wieder vollkommen abgetaucht Natürlich ist er eher der Stoßstürmer als die falsche 9, die er bei mir die ganze Saison spielen muss Aber in der Hinrunde habe ich da auch schon bessere Leistungen von ihm gesehen Aber aufgrund der Verletzten muss ich halt jetzt mal sagen, ich habe keine besseren Spieler Die Wolle jetzt mal beim 0-5 Das ist ein Auftaktspiel gegen Großasprach gesagt Das bringt nichts auf die Spieler einzuschlagen Wir haben keine besseren Aber wir haben keine anderen Die meisten Spieler von mir aber letztens verletzen sich ja im Training Christian hat sich glaube ich bei dem wichtigen 3-0 in Aue verletzt Mit der Trainingsverletzung kann ich nicht viel machen So, Plündke für Mörle und dann Also mal hoffen, dass das Team nicht 30 extra Minuten noch gehen möchte mit einem dummen Patzer jetzt Ich habe das dumme Gefühl doch Wichtig, den noch anzunehmen Ach, Michael Ernsthaft Jawohl Pokalfinale klar gemacht Vielleicht ist er so gut wie die Moral Ob das wirklich geschafft, der steht im Finale Mein Glückwunsch Als Top-Favorit haben wir das Finale erreicht Calc is a priest Aber reicht Fran Oller kriegt jetzt sein Lob Das hat er sich verdient Wenn ich vom letzten Mal darauf geordnet habe, muss ich jetzt sagen Das war in Ordnung In Werner-Seelen-Männer-Stadion den Sieg eingefahren Irgendwer, der negativ auffiel Nee Ja, aber Zeit, dass ich Renno Ja, Matuschka kann ich eventuell noch verwenden Renno und Hübner gehen ja schon nach der Saison Mörle wird auch aussortiert Die Frage ist nur dauerhafter, ob ich ihn als Tutor Der so gut wie nie spielt, trotzdem behalte Wenn wir die Folge schon voll machen, dann Machen wir noch bis direkt vor das Bremen-Spiel Europa League spielt Schalke direkt gegen Leverkusen Leverkusen hat 4-0 gewonnen Also Schalke 0-4 Gegen Bayer 0-4 Leverkusen Das passt ja, auswärts 0-4 Jetzt geht es gegen Bremen 2 Danach ist es nur Testspiel gegen Hoyerswerda Aufforderliche Punkte brauche ich mir gar nicht durchlesen Denn das kann ich selber ausrechnen Zumal wir jetzt nicht mit erforderlichen Punkten rechnen müssen Wenn wir die Form so halten, müssen wir damit rechnen Was die anderen nicht holen dürfen Wir sind Favorit und spielen im Finale gegen Strausberg Das war der Oberligist 21. Mai Das ist nach dem Liga-Ende, oder? Ja, okay Das ist wohl wie es in der Realität war Dass die alle am selben Tag spielen Obwohl Brandenburg-Sachsen hat, glaube ich, eher gespielt Als die anderen, die dann alle am selben Tag in der ARD gelaufen sind Die Kickers kloppen VW Aalen weg Wenn es hier draußen anfängt zu regnen Wollen wir noch bis direkt vor das Bremen-Spiel machen Dann wird es, denke ich mal, noch zwei bis drei Folgen dauern Und dann ist die Saison auch schon vorbei Je nachdem, wie lange das dauert Werden wir beim nächsten Mal zwei Spiele plus das Testspiel schaffen Und dann sind es ja noch zwei Liga-Spiele Und dann, je nachdem, wie gut es läuft Sind wir aufgestiegen Haben den Aufstieg komplett verpasst Oder haben dann halt nochmal Relegation Wenn wir an die Relegation kommen Kann ich versprechen, gucken wir beide Spiele auf Erweitert Das sind dann die wichtigen Spiele überhaupt Wo ich gesagt habe, aber weiter gucken wir die wichtigen Spiele Und Relegation-Spiele sind ja dann natürlich die Spiele überhaupt Die uns Die über die ganze Saison entscheiden Deswegen mag ich Relegation noch nicht Früher ist der dritte direkt aufgestiegen Jetzt kann er sich mit zwei dummen Spielen Oder eventuell einem schlechten Spiel Kann ja schon reichen, die ganze Saison versauen Also der dritte Relegationsplatz ist im Endeffekt wie so ein kleines Konjunkturpaket Für die erste oder für die höhere Liga Ist jetzt egal Hilft ja nicht sich aufzuregen Was spielt denn unsere Konkurrenz Erfurt spielt gegen Wehen, Wiesbaden Halle spielt gegen Osnabrück Ja und nach unten gucke ich jetzt gar nicht Das sind zu viele Also Aue Na gut, es ist Aue, Chemnitz und Groß Asbach Ich will jetzt erstmal nach oben gucken So, Reni Renno darf mal wieder spielen Breitkreuz, Sukuta Pasu, Sven, Michel Seitz Ziggat ist wieder fit Ziggat ist wieder fit Kauko ist gesperrt Dann hätte ich ihn ja doch im Pokal spielen lassen können Ja, dann geht Holz auf die 6 Ja, Merle wird wohl gar nicht mehr spielen Dann lasse ich lieber Schorch spielen mit Friedrich Kretu ist auch halbwegs fit Aber wir lassen mal ihn spielen Und links spielt Wie lange bist du noch verletzt, Scharker? Sechs Tage bis zwei Wochen Vielleicht ist er zum nächsten Ligaspiel wieder fit, wer weiß Links spielt Tim Häusler Spaj, Wendt, Kretu Klundke Olla ganz unten Matuschka Ja, und wen nehmen wir noch mit auf die Bank? Lungu nicht Uwe Mörle Martin Dahm Dann Uwe Mörle Okay Das war heute eine längere Folge Mit vor allen Dingen vielen Spielen Wo nicht so viel passiert ist Deswegen haben wir ja vier Spiele geschafft Das war alles dabei Unentschieden in Magdeburg Sieg gegen Stuttgart Niederlage in Groß Asbach Und dazu noch ein Pokalspiel Was wir zum Glück auch gewonnen haben Eigentlich relativ ungefährdet Und das ist schon eine Kunst Das in der Saisonphase sagen zu können Jetzt können wir Wenn wir jetzt natürlich in die Relegation müssen Wird entweder das Brandenburg-Pokalfinale verlegt Oder wir haben dann ein dummes zusätzliches Spiel Dann lasse ich wahrscheinlich die komplette zweite Mannschaft Im Pokalfinale spielen Denn das ist mir dann total unwichtig Wenn wir den DFB-Pokal schon sicher haben Ob wir dann noch den Pokal gewinnen Aber ich denke mal Es wird verschoben werden Okay Gucken wir alles beim nächsten Mal Jetzt vielen Dank fürs Zusehen Und dann Geht's jetzt Wird's immer heißer Wenn man Den Saisonstart mal Als heiße Phase bezeichnen möchte Bis zum nächsten Mal